Leute, Freunde, seht ihr das? Wir sind jetzt ein Team, oder? Komm Leute, ich schwitze wie Sau. Seid ihr nicht schon mal ein bisschen stolz auf mich? Ja, oder? Wobbelst du hin? Man muss es spüren. Es muss nass sein. Ey, es ist so fucking anstrengend. Hier habt ihr mal ein Mikrofon, wenn ihr was sagen wollt. Seid ihr stolz auf meine Leistung? Absolut, yes. Ciao!